Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Maya-Kalender am 26. Juli 2019 Die alten Mayas, und das war ein Hochkultur, haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Sie haben im Einklang gelebt mit der Natur, im Einklang von kosmischen Einflüssen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Wir befinden uns im 18. Welle und es dauert bis 1. August 2019 und regiert von Ik. Das ist das Symbol dafür. Ik bedeutet göttlichen Atem. Das ist die Welle der Geist. Das ist die Welle der Gedanken, die Macht der Gedanken. Die Welle der Kommunikation. Es ist wichtig, unseren Gedanken, Gefühlen klären und reinigen. Es ist die Zeit für Kommunikation, ein Austausch von Informationen. Anderen überzeugen von unserer Meinung. Oder etwas Neues lernen, untersuchen, Dokumente ordnen, zuhören, was andere meint. Und das ist die Begeisterung unserer Vorstellung. Der heutige Tag ist der siebte Tag dieser Welle. Die Zahl 7 wurde so gezeichnet. Die Linie bedeutet 5 und kommt noch 2 dazu. Die Zahl 7 bedeutet Reinheit, Klarheit, Erkenntnisse, die göttliche Quelle. Und bedeutet auch, der heutige Tag spiegelt etwas in unserem Leben. Und wir sollen in diesem Spiegel schauen. Lamat hat auch so ähnliche Bedeutungen. Das ist die heutige Tagesenergie. Es wird etwas gespiegelt. Lamat bedeutet aber auch die schöpferische Kraft, bedeutet auch Samen. All das, was wir heute aussehen, das ernten wir auch. Eine gute Zeit für einen Neuanfang. Lamat bedeutet übersetzt Sternen und steht in Verbindung zur Venusenergie. All das, was Venus verkörpert, Liebe, Kunst, Kreativität und Harmonie, das verkörpert auch Lamat. Und die heutige Krafttier ist Hase. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici